Herzlich willkommen meine Damen und Herren zum bisher wohl schwierigsten Tag für unser Gürteltier Arnold aus dem Heidelberger Zoo. Ich bin mal sehr gespannt, was unser kleiner, runder Fußball gleich prophezeit. Denn die Franzosen keine einfache Hausnummer mit Benzema und Co. Und da geht es auch schon los. Das Gürteltier Arnold ist in seinem Käfig und entscheidet sich auch direkt schnurstracks für den Gang der Franzosen. Berührt da schon fast die Fahne. Das ist schon fast die Entscheidung. Eine enge Strafraumszene. Benzema hat den Ball. Wird das das Tor? Ist das schon die Entscheidung? Verlieren wir tatsächlich gegen Frankreich im Viertelfinale? Ja! Tatsächlich! Oh Mann! Wir verlieren gegen Frankreich im Viertelfinale, sagt unser Gürteltier Arnold. Allez le bleu, verdammt! Jetzt brauche ich erstmal ein Croissant und einen ordentlichen Kaffee.